Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das Bonusprogramm ist meines Erachtens eine gute, aber nur eine begleitende Maßnahme für das, was eigentlich notwendig ist, denn es packt die Probleme in den Brennpunktschulen ja nicht an der Wurzel. Das Bonusprogramm verbessert die Personalsituation nicht entscheidend, nimmt den Abbau der Förderstunden seit 2012 die Verschlechterung der Raumsituation und auch die Erhöhung der Klassenfrequenzen nicht zurück und es greift unverständlicherweise erst bei den Schulen mit über 50 Prozent von Lernmitteln Zuzahlung befreiten Schülerinnen und Schülern. Nach Meinung der Linksfraktion braucht Berlin einen Maßnahmeplan, der die Bedingungen in den Brennpunktschulen nachhaltig verbessert und zwar in allen. Die vorliegenden Anträge wollen, dass auch Berufsschulen und Schulen in freier Trägerschaft, die Brennpunktschulen sind, am Bonusprogramm teilnehmen können. Das ist eine berechtigte Förderung, die ich unterstütze, weil Kinder auch an diesen Schulen bekommen müssen, was sie brauchen. Ich erwarte darüber hinaus vom Senat zeitnah einen Bericht über die bisherige Verwendung der Mittel an den Schulen, die am Bonusprogramm teilnehmen und dem bisherigen Erfolg des Programms. Danke.